Herzlich willkommen zu den Wetteraussichten. Es sind relativ gute Bedingungen noch aktuell. Ab 1000, 2000 Metern liegt einiges an Schnee. Der wird wahrscheinlich auch bis Ostern noch liegen bleiben. Und jetzt am Wochenende kommt sogar noch mal eine neue Portion dazu. Schauen wir mal auf die Mengen. Das sind so 10, 20 Zentimeter in den meisten Regionen, in den Nordweststaulagen etwas mehr. Und hier sticht vor allem Zermatt raus, um die 40 Zentimeter. Noch weiter südlich, französische Alpen bis zu 50 Zentimeter oder drüber. Das heißt hier aber auch wieder ansteckende Lawinengefahr. Dort also aufpassen, der Schnee ist relativ schwer. Da fällt teilweise Regen rein vorher. Das heißt hier erhöhte Gefahr. Schauen wir mal auf den zeitlichen Ablauf. Also am Freitag erst einmal viel Regen, ab 2000 Meter, 2500 Meter schon Schneefall. Und am Samstag dann absinkt eine Schneefallgrenze auf 1000 erst und zum Abend dann auf 500 Meter teilweise auch Schneefall. Am Sonntag noch weitere Schneeschauer, die langsam Richtung Österreich abziehen. Von der Schweiz her lockert es dann auf. Da kommt die Sonne raus. Da gibt es dann ein richtig schönes, traumhaftes Winterwetter noch einmal. Und das Ganze auch am Montag. Also Sonntag, Montag werden die besten Tage zum Skifahren sein, wenn man nochmal Neuschnee genießen möchte. Hier noch einmal die Neuschneemengen zusammengefasst auf der Karte. 30 bis 40, lokal über 50 Zentimeter in den westlichen Alpen. Im restlichen Alpenraum 20 bis 30 Zentimeter. In den Südalpen etwas weniger. Dort kommt aufgrund der Staulage weniger an. Das meiste fällt am Samstag. Am Sonntag zieht es langsam Richtung Österreich ab und es lockert von Westen her auf. Und dann schauen wir nochmal auf die Entwicklung der Großwetterlage. Also wir erkennen jetzt hier von Frankreich aufziehen, dieses Tief mitsamt der Kaltluft, das einmal durchzieht. Danach baut sich langsam ein Hochdruckgebiet auf und es wird auch wieder milder in der nächsten Woche. Das ist ja schon die Karwoche. Das heißt, es geht langsam wieder rauf auf 15 bis 20 Grad. Neuschnee ist erst einmal nicht in Sicht. Und Richtung Ostern könnte es dann wieder etwas kühler werden. Die Wetterlage ist wahrscheinlich eher wechselhaft jetzt im April. Aber die Details sind da noch unklar. Also es gibt auch die Möglichkeit, dass sich ein Hochdruckgebiet aufbaut. Aber das müssen wir noch abwarten. Und da schauen wir dann nächste Woche nochmal genauer drauf. Erst einmal ein schönes Wochenende und bis dann. Das ist ja schon mal ein schönes Wochenende und bis dann. Das ist ja schon mal ein schönes Wochenende und bis dann noch ein Winde übernreifchen.